Sehr viele Menschen wünschen sich, dass sie bei Gefahren Warnungen nicht nur im Radio hören und im TV sehen, sondern direkt aufs Handy bekommen. Mit der in Deutschland jetzt neu eingeführten Cell Broadcast-Technik werden Warnungen an viele Mobilfunkgeräte in einem Gefahrengebiet geschickt. Das funktioniert aus technischen Gründen nicht auf allen Geräten. Deshalb gibt es noch viele weitere Formen der Warnung. Erstmalig wird am 8. Dezember dafür eine Probewarnung durchgeführt. Alle Details finden Sie unter bbk.bund.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017